Donnerstag bei Frauentausch. Es gibt eine Komplettveränderung. Diese Kinder brauchen etwas Radikales und deswegen ist es besser ohne Computer. Sie kocht es bestimmt in allem. Sie wollen mir mein Lektor wegnehmen. Ich mag sie gar nicht, weil sie einfach nur nervt. Heute machen wir zusammen Fotoshooting. Die Kinder sehen jetzt mit der Kleidung alle aus, als wenn sie vom ukrainischen Internat kommen. Eine neue Folge Frauentausch. Donnerstag, 21.15 Uhr bei RTL 2. Untertitelung des ZDF für funk, 2017